Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 3 zu 3 gegen die Ukraine konnte man auch beim zweiten Testspiel der aktuellen Länderspielphase nicht wirklich überzeugen, während gegen die Ukraine das Ergebnis letztendlich sogar noch besser wie die eigentliche Leistung war, war es dieses Mal eigentlich genau umgekehrt und die Leistung war schon besser wie das Ergebnis, nachdem man letztendlich 1 zu 0 verloren hat, denn da waren schon einige gute Szenen dabei. Und jetzt möchte ich einfach mal meine Erkenntnisse dazu wieder schildern, wie schon beim ersten Spiel gegen die Ukraine, auch wenn hier ebenfalls nicht alles gut war. Betrachten wir zunächst einmal die Ausstellung, so hat es mir an und für sich schon viel besser gefallen, mit Can eben als defensiven Part der Doppelsex, was man jetzt gespielt hat. Im ersten Spiel war es ja eine alleinige Sechs aus Goretzka, diesmal eben Doppelsex Can Kimmich und das hat schon besser funktioniert, wenn auch auf jeden Fall nicht perfekt. Mit Wirz und Musiala hat man dann eben zwei Spielsteigespieler in den Halbräumen, die dann eben auch mal ein 1 gegen 1 auflösen können und halt eben die Schlüsselpässe spielen können, als auch ins Dribbling gehen, was da extrem wichtig ist gegen so tiefe Blöcke, was halt aber letztendlich auch nicht wirklich zur Geltung kam. Was eben auch an den Spielern auf den Außenpositionen der Dreierkette lag, da hatte man nämlich links Henrichs und rechts Hofmann. Hofmann auf rechts kann zwar durchaus als Rechtsverteidiger spielen, auch in dem System, allerdings ist er keine optimale Lösung, der immer die Breite hält, denn er zieht schon gerne ins Zentrum, ist auch ein extrem Spielsteiger-Spieler, der da eben auch den ein oder anderen Schlüssel- und Steckpass spielen kann. Dementsprechend zieht er halt eben natürlicherweise gerne ins Zentrum, während Henrichs auf links gespielt hat, ist ja Rechtsfuß und spielt meistens auch rechts. Und auch er zieht natürlicherweise schon so ein bisschen in die Mitte als, wenn auch nicht ganz so stark, wenn er rechts spielt. Allerdings ist er hier auf der linken Seite immer wieder gerne in die Mitte gezogen, weil er eben den Ball auf dem rechten Fuß haben wollte, wenn er eben in vielversprechenden Flankensituationen war. Und so waren eben weder Henrichs noch Hofmann Optionen für eine ideale Breitenbesetzung, die so eben nicht gegeben war. Die standen meist recht nah im Zentrum und haben selten die komplette Breite genutzt, was man aber auf jeden Fall gebraucht hätte in dem Spiel, denn die Polen standen recht tief mit ihrer Fünferkette hinten drin und hätte man die Breite eher bespielt und immer mal wieder die Seite gewechselt, dann hätte man die Fünferkette viel mehr auseinanderziehen können, um dann halt eben auch Räume zu kreieren, Räume zwischen den fünf Spielern in der letzten Verteidigungslinie, die dann eben die Spielstarken Wirts und Musiala hätten ausnutzen können. Das Ganze ist nicht geschehen und so konnten halt eben die beiden auch nicht wirklich aufblühen. Havertz als Zielspieler ist halt eben auch nicht optimal, da wäre ein Füllkrug definitiv besser gewesen für diese Systematik gegen diesen Gegner. Und da fand ich dann Havertz auch deutlich besser, als er später zurückgezogen wurde, auch auf eine der Halbpositionen, als dann Füllkrug reinkam. Und da noch die Dreierkette abschließen, muss man sagen, ciao mit seinem Debüt, überragend. Also der hat wirklich fast jeden Zweikampf gewonnen, hat sowohl Kehrer als aber auch Rüdiger wie Clowns neben sich aussehen lassen, hat er wirklich alles abgeräumt und das in so einer schwachen Mannschaft in seinem Debüt war wirklich eine herausragende Leistung. Aber auch in der Innenverteidigung stellt sich natürlich die Frage nach dem Leistungsprinzip und wie ein Thilo Kehrer da spielen kann. Der ist weder im Verein noch in der Nationalmannschaft auf dem Niveau, das man braucht und ja, keine Ahnung. Ein Süle ist keine Alternative. Wir haben es ja schon gegen die Ukraine mit Klostermann besprochen, aber was soll man machen? Weitere Erkenntnisse in der ersten Halbzeit wären, dass man den Gegner deutlich tiefer angelaufen ist. Ich denke mal mit der Absicht nicht ausgekondert bzw. ausgespielt zu werden, sei es jetzt kurz oder vor allem über einen langen Ball. Das finde ich gut, dass man da was ändert, wobei ich die Gefahr halt eben nicht unbedingt im Pressing sehe, sondern eher im eigenen Ball besitzt, wenn man extrem viele Spieler hoch positioniert. Und dann ist halt eben oft die Restverteidigung das Problem. Auch hier gab es mal den einen oder anderen Konder, war zwar öfters abseits und auch Malik Chao hat er extrem gut verteidigt, aber ansonsten wäre das deutlich gefährlicher geworden. Das tiefere Pressing hatte dann auch durchaus zum Vorteil, dass man die Polen mal ein bisschen rausgelockt hat. Man konnte so ein bisschen sie dazu bringen, sich flach hinten raus zu spielen. Und dann waren es in der ersten Halbzeit eigentlich so vier gute Szenen, die man offensiv hatte. Zwei davon waren eben unmittelbar nach einem eigenen Ballgewinn, als man dann eben schnell in die Spitze spielen konnte und dann halt eben der Gegner noch nicht sortiert war und verwundbar war. Da war einmal Havertz zum Beispiel frei vor dem Torwart und hat die Chance liegen lassen. Also da konnte man durchaus überzeugen dann, wenn man dann eben den Ball gewonnen hat und schnell in die Spitze spielen konnte. Eine weitere gute Szene in der ersten Halbzeit war ein Distanzschuss, aber das war dann eben doch eher Mangelware, denn es gab extrem viele Distanzschüsse. Man war ziemlich planlos, was man machen soll. Es war kaum Bewegung im Offensivspiel, wenn der Gegner eben in der letzten Linie gut stand. Und da gab es eben, wie gesagt, viele Distanzschüsse, aber die waren halt extrem schlecht genommen. Den besten hatte noch Kehrer, aber ansonsten waren es echt Schüsse, die oft geblockt wurden, wo aber auch der Abschluss extrem dumm war, weil die deutschen Spieler halt einfach geschossen haben, obwohl der Gegner in der Schussbahn stand. Ich meine, was will man da erreichen, das verstehe ich nicht. Und das unterstreicht dann nochmal die Planlosigkeit im Offensivspiel. Zumindest in der ersten Halbzeit, denn in der zweiten wurde es ja durchaus besser. Dennoch muss man natürlich noch zur ersten Halbzeit erwähnen, man ging eben 1-0 in Rückstand nach einem Eckball, was aber auch kein Zufall war, denn in diesem Spiel war die Standardverteidigung extrem schwach. Polen hatte schon noch die eine oder andere Chance nach einem Eckball. Also ja, wenn man halt die Grundlagen nicht beherrscht, Standards nicht verteidigen kann, wird es halt eben schwierig. Vor allem, wenn man offensiv seine Chancen nicht nutzt, wie es dann eben in der zweiten Halbzeit geschehen ist. Die Halbzeitansprache hat wohl funktioniert, ich war nicht dabei, aber es sah zumindest auf dem Feld so aus, denn man kam extrem gut aus der Pause, hatte eine Drangphase von der 45. bis zur 51. Minute, hatte da extrem viele Chancen, eigentlich mehr wie in der ersten Hälfte und auch bessere, konnte allerdings wieder mal keine davon nutzen. Man muss aber hier einen Robin Gosens hervorheben, der das Spiel enorm belebt hat auf der linken Seite und halt eben die Breitenbesetzung durchaus besser interpretiert und halt eben umsetzen konnte. Allerdings ist dann halt eben nach der Drangphase das Spiel wieder abgeflacht, so ein bisschen. Man hatte dann eigentlich nur noch zwei richtige Chancen, einmal mit Havertz und einmal mit Chau, wo dann halt eben auch Stechni überragend pariert, was eben auch zur Wahrheit gehört ist, dass er ein überragendes Spiel gemacht hat. Dennoch könnten die Deutschen durchaus besser abschließen und so ist das Spiel, wie gesagt, wieder abgeflacht. Man war wieder relativ planlos gegen tiefe Polen und es kamen dann halt eben nochmal ein paar Wechsel, was ich nicht verstanden habe. Leroy Sané als rechter Wingback auf der rechten Schiene finde ich ein bisschen fraglich. Wenn er Schiene spielt, das finde ich gar nicht mal abwegig, weil er ist mittlerweile defensiv gar nicht mal so schlecht und macht da auch gut mit. Aber wenn, dann doch bitte links mit seinem linken Fuß. Auf rechts fand ich ihn da ziemlich verloren und so ging halt eben auch die Breitenbesetzung wieder so ein bisschen flöten. Aber man hat sich nochmal aufgerafft. Immerhin gab es dann von der 88. bis zur 94. am Ende nochmal eine Drangphase, die auch echt gut war. Man hat da richtig gute Chancen, vor allem der Kopfball von Wolf, wo wieder Stashny pariert. Das war auf jeden Fall nochmal überzeugend. Rein von den Chancen hätte man auf jeden Fall mindestens ein Tor machen müssen, wenn nicht sogar zwei. Aber alles in allem, finde ich, kann man das wieder nicht so wirklich greifen. Am Ende hat man eben verloren und es zählen die Ergebnisse, auch wenn es hier nur ein Testspiel war. Die Leistung war zumindest in der zweiten Halbzeit besser, wenn auch nicht über die komplette Dauer der zweiten Halbzeit immer mal wieder so phasen. Wo ich sagen muss, das muss man eigentlich schon ein bisschen mehr aufrechterhalten und es darf nicht wieder so abflachen. Letztendlich war es auch nicht das erste Mal, dass man in einem Spiel eine gute und eine schlechte Halbzeit hatte. Man könnte jetzt sagen, man baut auf der guten zweiten Halbzeit auf, aber ich sehe nicht wirklich, wie das passieren soll. Das hatte man jetzt schon oft genug und oft genug war es dann eben wieder so, dass man eine schwache Halbzeit gespielt hat. Daher sehe ich nicht, wieso sich das jetzt ändern sollte. Und ja, ich bin auch relativ ratlos, was man dazu noch sagen soll. Soweit also meine Erkenntnisse zum Spiel gegen Polen. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Seht ihr es anders? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.